Ich habe auch Spaß vor kurzem mal mein, mein, ähm, einfach so meinen Energiesparmodus von meinem Handy durchgehend angemacht. Kranker Themenwechsel, ich weiß, aber ist gerade das nächste Thema, das mir eingefallen ist. Und, ähm, ich habe einfach plötzlich ein Handy, das, das geht nicht leer, das lädt sich selbst wieder aufgefühlt. Das ist einfach, das ist einfach, seitdem ist das einfach unbesiegbar, das Ding. Ich kann, ich brauche, ich brauche es nicht mal ins Ladekabel stecken. Was ist eigentlich dein Lieblingsland? Mein Lieblingsland? Mein Lieblingsland ist vermutlich das Smallland bei Ikea. Ich habe kein Lieblingsland. Nicht Legoland, nee, das holt mich nicht so ab. Ich wäre für die Instandteilsetzung eines Klemmbausteinlands. In meiner Ähnlichkeit mit Held der Steine habe ich jetzt gewisse Verantwortung. Okay, the fuck do we do here? May I request a swap? Könnt ihr wieder für den Ramoser Angle gehen? Ich hätte schon Bock auf Ramos. Irgendwie einfach mal ein bisschen rumrollen, ein bisschen lustig. Morgana Blackschild gegen VyR, too strong. Du wolltest, dass ich Morgana spiele? Ich spiele jetzt nicht Morgana hier im Rank, guys. Come on. Boah, habe ich den Fußballskin? Hä? Wo ist der Fußballskin? Wo ist der Fußballskin? Welcher ist das? Das Sweeper? Oh no, wieso habe ich den nicht? Oh, da sehe ich ihn. Stimmt. I need that one. Müssen wir gleich mal durch meine Skin-Share sammeln und gucken, ob ich den da drin habe. Oh. Sollen wir für ein dickes Pew-Pew-Bild gehen? Okay, wir können... Okay, wir gehen jetzt für Shen and Legans. Wir machen jetzt big fucking Pew-Pew-Pew-Pew-Pew-Pew. Geben wir für Dustblade? Geben wir für Collector Dustblade-Angle? Auch witzig. Probieren wir Dustblade nochmal aus. Einfach, weil cool. Das ist die dritte Yuumi übrigens heute. Die dritte Yuumi in drei Games. Oh, wow, 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 wow. Ich hab's gecancelt, oder? Ich hab's gecancelt. Das war wunderbar. Ist das Topland auch Solo-Kills? Leute, wir sind heute auf der guten Seite. Wir sind heute auf der guten Seite der Map. Wirst du vorsichtig jeden Farm für sich nehmen? Das ist keine Chance. Du hast eine kranke Chance. Willst du ein Banger-Schwäbisches Lied hören? Ich hab die beiden Wörter, glaub ich, Banger und Schwäbisch noch nie in einem Satz miteinander gehört. Von daher gerne. Zeig mir, dass es existiert. Irgendwie zweifelich es an. Hotlane, da ist ein Vladimir. Da hat euch jemand nicht Bescheid gesagt. Was ist das? Auf der Schwäbsche Eisebahn gibt's Kafele. Halbstation, Natur, Geduld und Fieberach. Megapayrat, doves Bach. Oh la, oh la, oh la la. Oh la, oh la, oh la la. Oh la, oh la, oh la, oh la. Oh la, oh la, oh la. Die Leute in dem Musikvideo sahen auch alles aus, als wenn sie nur mies am Leiden wären. Die suffern von Baden-Württemberg, Alter. Die leben in diesem Bundesland und mussten das einfach tolerieren. Oh, er ist ein smarter Kane. Ich glaub's nicht. Für meine Beerdigung gibt es sowieso schon einen Plan, für Jans und meine, ich weiß nicht ob Jan das mal noch den Kopf hat, aber wir haben es nicht gepasst geplant, wer auch immer von uns beiden zuerst stirbt, der kriegt die Kazoo Beerdigung, das habe ich bestimmt noch schon mal erzählt, dass alle beim Reingehen müssen sich so einen Kazoo in den Mund stecken, wir müssen das da drin behalten, es wird jemand da sein, der es überprüft und die erste Person, die dann anfängt, irgendwie zu sobben oder einmal so zu machen, dann wird das anstatt Ich würde das machen und das wird irgendjemand hören und irgendjemand wird leicht ein bisschen drüber lachen und dann fängt der erste dran zu lachen und dann fangen alle anderen an zu lachen und dann wird das ein großes Kazoo-Konzert, das einfach durch den gesamten Raum geht, das ist vorprogrammiert, das muss so passieren, es gibt kein Universum, wem das nicht passieren darf Was ist das hier? Ja, weiß ich jetzt aber auch nicht mehr Wieso cure ich das? Boah, sie lebt? Wieso? Du hast null Map-Awareness Was? Was ist das? Ich hab kein Zweitens, das traurig Okay, äh, wir müssen die Bot-Lane ganz dringend ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückbringen Na komm Ja, das wird reichen Oh, die Umi kriegt den Kill Banger Actual Certified Banger Das ist gut, da bin ich da Alter, die Kata macht ja jetzt schon wieder so viel Damage Katharina ist so ein weirder Champ, ich spiel Kata Jungle Ich spiel gleich Flex-Kata Jungle, I don't care Ich bin halt zu treppen, das ist mein Freund Hat, äh, irgendwie die Kata nicht einkalkuliert Das ist ein schöner Rüstet Oh Das ist natürlich angenehm Was ist das denn für eine Laterne? Sollte die antäuschen, dass da noch jemand ist, damit die Angst haben reinzugehen, oder was? Eieieiea, macht sie Damage Und was genau denkst du dir? Oh, no way, Thresh Hey, da, 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 da Oh Brauche ich jetzt Crit-Attack-Speed? Ist halt so wasted, eigentlich die Bladen im Bild So, eigentlich die Bladen im Bild ist Müll So, ich bin jetzt mal gespannt, wie diese Dust-Bad-Internation funktioniert Oh mein Gott Äh, why does he die? Untargeted Boah, weiß ich jetzt nicht Und das auf 10 Sekunden Cooldown Das macht nicht mal einen coolen Sound Aber sie haben den Gold Okay, perfekt Ich habe natürlich nur auf dem Oh, no Ich habe uns gerade einen Drag gepostet Oh, no Oh, das ist Fiora Oh, ho, ho Diese Thresh-Hooks Wait, what the fuck is happening Ich weiß nicht ganz, was ich vom Damage halten soll, muss ich sagen So, ich darf aber immer noch so ein bisschen denken Wie mit dem alten Dust-Blade Ich kann mich einmal komplett raushalten Das heißt, ich kann übel free engagen halt, actually Ich kann halt übel free ein Reset kriegen Das ist das, was es hauptsächlich für mich immer noch interessant macht, dieses Bild Worüber ich vorher nicht drüber nachgedacht habe, als ich das einfach geflamt habe Dass ich ein free ein Reset kriege Ich kriege den freeesten Reset, der freeesten Reset Alter, wie krank ist diese Cutter Und wie krank ist dieser Thresh vor allem Ich finde, wenn Minions von einem Baron gebufft sind, dann solltest du das Gold kriegen, wenn sie was töten Die Zorn wird offiziell eingereicht Dann geben wir jetzt Botlane rein Hallo Vayne, wie geht es dir? Das ist ein bisschen committed, muss ich sagen Aber ich habe auch Dust-Blade, also ich kann auch noch so fighten, glaube ich Also das ist halt das neue Dust-Blade, aber ich kann trotzdem so fighten, glaube ich Der ist halt kein Ziel für mich, der Junge Der Ignite Ich war, ich war an Targetable Actually, my damage is okay Ist es okay? Boah, dass man die an Targetability hat, macht das Item halt viel, viel schwerer zu handeln Du darfst nicht mehr random ein Reset holen Du kannst dir nur einen guten Reset holen Du kannst jemanden, einen Key, halt einen Key-Gegner eliminieren und rausgehen Das könnte gut sein, doch Es könnte okay sein Aber Blade hat da keinen Platz drin Obwohl, vielleicht auch doch Ich bin mir nicht sicher, guys Ist das ein Platin 1? Ist das ein Down-Gerankt? Let's go Oh Content Elo Und don't wanna fight away Und don't wanna fight away Und don't wanna fight away Tokio Und don't wanna fight away